Jetzt können wir mal anders. Ja. Nächster Halt. Fischrad. Fischrad. Ja, da soll man verkehren. Da war man drin. Ja, Rathauspassage. Fischrad. Oh. Nächster Halt. Nächster Halt. Ruhena Straße. Ja, hier ist die Deckerei. Oh, Mama. Hier, guck mal. Die 79 geht nach Wolfenbüttel. Das ist die Bundesstraße. Die 79 geht nach Wolfenbüttel. Die 79 geht nach Wolfenbüttel. Guck mal hier, hinter dir, die Plattenbausignung. Und hier, so sieht das wie in der Kieler Straße. In Schwerin sieht das auch so aus. Ja, die stehen leer. Da wohnt keiner mehr drin. Meinst du? Ja. Wahnsinn, ne? Ja. 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 Ja, da wohnt man dann auch drin, ne? Ja. 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 Ja.